Wieder mobil mit Elektromobile Meier. Mehr Mobilität, mehr Freude am Leben. Viele Fahrzeuge haben das Problem, dass man sehr, sehr schwer hinaufkommt, beziehungsweise mit Schunkan fahren muss. Und dann, wenn eine Hausmauer auf der anderen Seite ist, es durchaus Probleme geben kann. Beim Minigross ist das absolut kein Problem, da diese so gebaut ist, dass man mit ganz reichten Gasgräben die Borschenkante problemlos hinauffährt, wie man sieht. Es ist auch so, wenn man das Hinterrad hinauf bewegt, dass man das gar nicht einmal gescheit spürt. Was dazu kommt, ist, dass das Fahrzeug, obwohl jetzt eben die Räder in verschiedenen Höhen sind, absolut stabil ist und somit kein Umfallen möglich ist. Jetzt fahren wir noch mit dem letzten Rad hinauf. Und wie man sieht, das Überqueren der Gesteckkante war absolut kein Problem. Probieren Sie es selber aus. Sie werden begeistert sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017